Ich mache die Lehre zum Tischler, weil mich Holz sehr interessiert. Das gehört einfach zu mir und Holz ist einfach ein super Werkstoff. Es ist die Arbeit als Industriekauffrau beim Bienen nicht so, dass ich einfach den ganzen Tag am Commuter sitze, sondern ich gehe einmal in Produktion, weil ich bei der Warnung noch einmal etwas suchen muss. Oder einmal organisiert man eine Veranstaltung und es ist eigentlich das Highlight meiner Lehre, weil man denkt, man ist da und ist eigentlich nicht nur der Lehrling, sondern man kann auch etwas beitragen, für das, dass alle glücklich sind. Am besten in meiner Arbeit gefällt mir die Abwechslung zwischen Lehrwerkstatt und Produktion. Man lernt zum Beispiel verschiedenste Holzverbindungen und die kann man dann in der Praxis umsetzen. Wir haben im Büro eine recht moderne Ausstattung und es ist alles ergonomisch. Ein großes Thema war für mich auch, dass ich viel Weiterbildungsmöglichkeiten kriegt habe, wie die Lehre mit Matura oder das Auslandspraktikum, was ich mache. Die Mischung aus modernen Industriemaschinen und dem klassischen Handwerk finde ich sehr faszinierend. Es gibt immer mal Situationen, wo man gemeinsam arbeitet, wie zum Beispiel beim Leimen. Und auch wenn man mal nicht so einen guten Tag hat und dann in die Arbeit kommt und dann seine Arbeitskollegen sieht, hat man gar wieder gute Laune. Und es ist einfach so, dass die Kollegen zu Freien geworden sind und das ist einfach das Schönste, was es gibt. Also ich habe mich für die Lehre bei Bene entschieden, weil die Firma Bene sehr modern ist, sehr abwechslungsreich und weil der klassische Tischler trotzdem nur im Vordergrund steht. Mein Name ist Johanna und ich bin der Florian. Wir machen unsere Lehre bei Bene.